Ehemann verlor Duell gegen Fernsehhelden. Bukarest Einem rumänischen Ehemann sind die Verführungskünste der Latin Lovers aus den lateinamerikanischen Seifenopern zum Verhängnis geworden, die täglich über die Fernsehschirme des Landes flimmern. Der Mann fand eines Morgens einen Brief seiner Frau, in dem sie erklärte, ich möchte, dass wir uns trennen, weil du nicht so zärtlich warst wie die Männer in den Telenovelas. Das berichtete die rumänische Tageszeitung National am Donnerstag. Der Unglückliche musste sich den Brief erst übersetzen lassen, denn seine Frau hatte ihn auch noch in spanischer Sprache abgefasst. Die Telenovelas werden in Rumänien von Hunderttausenden von Frauen verfolgt.